Einen wunderschönen guten Tag miteinander! Ja, heute wieder ein Unboxing und zwar von der Deluxe Box von Provinz Zorn und Liebe. 56,99 habe ich dafür ausgegeben bei Saturn. Das ist eine Menge Kohle und ich bin sehr gespannt was drin ist. Nun, ich habe keine Ahnung was das für Musik ist oder wer das ist. Das ist auch für mich nicht relevant. Es geht nur darum, ist die Box ihr Geld wert. Und ich muss sagen, von außen macht das nicht den Eindruck. 57 Ocken, Alter, puh, sieht jetzt nicht spektakulär aus. Einfache Pappe, ja, zum aufklappen. Hier steht 1755, ist das etwa die Nummer der Box, das ist sogar mit Edding drauf geschrieben, also 1755. Krass. Das hier ist auch mit Edding drauf gemacht. Also das hier und das hier, das sind sozusagen Malereien. So eine Art Autogramm. Das ist auf jeden Fall interessant, das hatte ich auch noch nicht so. Oder ist das... Das ist nie gedruckt. Oder? Ich will mich jetzt hier nicht zum Trottel machen, aber ich glaube, das ist mit Edding drauf gemalt. Ja, Provinz, Zorn und Liebe. Steht auch hier und hier und hier. Warner Music. Okay. Sonst nichts. Ist ja für mich wirklich eine sehr einfache Box. Mit dem Design auch, wie so ein Pizzagarton sieht es ein bisschen aus. Von der Größe passt es auch schon fast. Für eine dicke Pizza. Na ja, gut. Schauen wir hinein. Und was finden wir darin? Ein T-Shirt. Kommt uns als allererstes entgegen. Das T-Shirt macht auf jeden Fall einen sehr interessanten Eindruck. Einen sehr interessanten Eindruck. Okay, das ist so 3D-mäßig. Also der Stoff ist schön weich. Nicht zu dick, aber sehr ordentlich auf jeden Fall. Ja, ja. Gute Qualität. Das ist interessant. Also das kann man richtig fühlen. Und auch sehen. Es ist 3D-mäßig. Sehr interessant gemacht. Ja. Man sieht es auch hier durch. Auf dem Nacken ist was eingestanzt. Dass es so richtig 3D-mäßig kommt. Guckt es auch raus. Und hier steht im Nacken Zorn und Liebe. Wie so ein Tattoo. Frisch gestochen sieht das aus. Geil. Hab ich noch nie gesehen. Also das T-Shirt ist auf jeden Fall Next Level. Was die Luxboxen angeht. Nicht schlecht. Jetzt mal ohne Scheiß. Zieh ich auf jeden Fall gleich an. Erstmal die anderen Inhalte. EUXL, USL. Also ich hab absolut eine L. Bin sehr gespannt, wie das dann an mir ist. Und äh. Wo ist das schon? Ne. Hier ist noch was drin. Okay. Also das ist hier sozusagen eine Vinyl. Ich weiß jetzt gar nicht, was eine Vinylplatte einzeln kostet. Könnte. Also ich würde jetzt mal schätzen irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Ich weiß nicht wie denn momentan die Preise sind ganz ehrlich. Und wer hört eigentlich noch Vinyl? Jetzt mal unironisch. Das soll jetzt nicht irgendwie abfällig klingen über Leute die gerne Vinyl hören. Sondern wer hört denn von euch eigentlich Vinyl noch? Schreibt mir das bitte mal ernsthaft in die Kommentare. Wenn irgendjemand tatsächlich ein Plattenspiel hat. Und auch neue Musik darüber kauft. Äh. Darüber anhört und dann Platten kauft. Ich kenn nämlich niemanden, der das macht. Also auch mein Onkel, der hat das als Letzter gemacht, den ich kannte. Der hat sein Ding auch mal verkauft, glaube ich. Vor einer Weile beim Umzug. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Sowas Großes hat schon was. Das ist einfach anders. Auch die Art und Weise wie man es anschaut. Wie man es in der Hand hält. Wie sich das anfühlt. Als so eine CD halt. Wisst du was ich meine? Ist schon was Besonderes. Aber wer macht das schon noch? Scheide eigentlich. Aber ne. Spotify ist halt angesagt. Wir danken von Herzen. Farsat, Nele, Mike, Tim, Malte, Kilian, Kevin, Steven, Silvi, unsere Live-Crew und dem Rest der Warner-Familie. Durch nichts zu ersetzen sind Niklas, Stefan und natürlich unsere Familien und Freunde. Äh. P-R-V-Z. Okay. Cool. Also Provinz. Sozusagen. Mal hier schönes. Äh. Ich weiß gar nicht wie man das nennt. So ein Cover. Okay. Hier stehen Texte drauf. Von acht Songs. Und wohl die acht Songs die auf dieser Platte sind. Ich will jetzt hier nichts falsch machen oder das irgendwie anfassen oder so. Und alle Vinylfreunde steinigen mich in den Kommentaren. Ich glaube am Rand ist nix drauf. Da können wir noch hinfassen. Das sieht doch irgendwie schön aus. Uiuiui. Ich bin jetzt richtig vorsichtig damit. Dafür hat man immer Respekt. Das ist einfach wirklich was anderes als so ne CD. Cool. Und das dann so aufzulegen auf dem Plattenspieler. Naja. Das ist. Können mir schon vorstellen, dass das ne feine Angelegenheit ist. So. Gut. Hier haben wir noch die zweite Vinyl. Die hat ne andere Farbe. Schönes Orange. So sieht die aus. Naja. Und hier haben wir sieben Songs drauf. Mit jeweils den Texten. Cool. Lange her auf jeden Fall, dass ich mal ne Vinyl in der Box war. Ich glaube bei Sido waren wir hier drin. Wenn ich mich nicht irre. Sonst kann ich mich jetzt. Na cooles Erwasch. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ehrlich gesagt. Hab ich jetzt gar nicht im Kopf. Aber wenn, dann war es immer nur eine glaube ich. Was haben wir denn hier? Postkarten. Mhm. Linsen sind aber aus der Provinz. Achso. Das ist ein Rezept. Stimmt. Rezept soll da noch drin sein. Und vier Postkarten. Mhm. 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 Ja. Auf jeden Fall interessante Motive von Postkarten. Äh. Für den Fan dieser Band ist das sicherlich was anderes. Ich kann jetzt damit gerade gar nichts anfangen. Ähm. Was haben wir hier? Ja. Ein Rezept von einer Linsensuppe aus der Provinz. Okay. Äh. Ja. Das ist auch mal was Neues. Großer Topf. Viel Öl. Zwiebeln. Kartoffeln. Tomatenmark. Petersilie. Zitrone. Gewürze. 500 Gramm Linsen. Zubereitung. Äh. Alles klar. Das wars. Okay. Das ist wirklich eine der außergewöhnlichsten Boxen die ich bisher ausgepackt habe. Was jetzt aber nicht positiv oder negativ wertend sein soll als Aussage. Das ist einfach nur eine außergewöhnliche Box. Ja. Das ist ja wirklich so. Also jemand der oft meine Videos schaut der denkt sich jetzt auch gerade okay. Das ist aber ganz, ganz anders. Äh. Das T-Shirt ist aber auch was anderes. Muss ich echt sagen. Das ist schön. Wirklich ein schönes Shirt. Und zwar ist das von Stanley Stella. Die Firma kenne ich gar nicht. Certified Organic Cotton. Hui. Fair Wear. Ja. Also da muss ich, bevor ich das anziehe. Gab es das schon mal in der Xbox? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall mal was wo ich sage. Schön. Fair gehandeltes T-Shirt. Das kostet dann halt natürlich auch ein bisschen mehr. Keine Frage. Aber nicht nur dass es nicht günstig ist, sondern die Qualität ist halt wirklich auch gut. Also richtig geil ehrlich gesagt. Ich habe die Kamera ein bisschen falsch eingestellt. Da muss ich mich wie so ein Idiot hier auf Zehenspitzen stellen. Also das soll eine XL sein. Also ich habe wirklich eine L. Ich bin jetzt auch nicht so breit. Passt richtig geil. Auch so mit so sozusagen 70-30 hier. Polyester Baumwolle. Oder? Nee. Das stelle ich eigentlich nur Baumwolle. Das ist richtig hochwertig. Ohne Kack. Also. Ist kein dicker Stoff. Es ist ein sommerliches Shirt. Aber. Die Quali ist. Überragend. Ich weiß nicht wie lange der Druck hält. Ich hoffe immer lange. Weil der sieht auch cool aus. Also ich muss sagen. Vom Design her. Vom Tragekomfort her. Von der Quali her. Ist das eines der besten T-Shirts. Die ich jemals eine Deluxe Box hatte. Definitiv. Also. Top 3. Ohne Witz. Kann ich jetzt aus dem Stehgreif sagen. Top 3. Definitiv. Und ähm. Ja. Das kann man doch anziehen. Ohne sich schämen zu müssen. Keine Frage. Und dann ist sogar noch hier. Fair gehandelt. Baumwolle blabliblub. Ja. Was soll ich sagen. Gefällt mir. Und ähm. Ja. Also wir haben hier so eine doppelte Schallplatte drin. Die kostet ihr Geld. Keine Frage. Also ich geh da mal jetzt. Was kostet denn die sowas? 30 Euro oder? Schätze ich mal. Kleine Wissenslücke. Muss ich direkt mal googeln. Und ein T-Shirt in dieser Qualität. Weil das hat mit Merch nicht mehr zu tun. Das ist einfach. Das ist ein super T-Shirt. Also sowas. Äh. Ja. Ist auch in Designermarken ganz normaler Standard. Also. Ja. Zahlt man auch schon mal mehr als ein Puppi für ein T-Shirt. Von der Quali. Heutzutage. Und ähm. Aufgrund dieser Tatsache muss ich echt sagen. Dass die Box ihr Geld wert ist. Äh. Ich hatte schon viele Boxen. Die mehr als 50 Euro gekostet haben. Und da waren die Inhalte einfach nicht hochwertig. Hier hat man. Einfach. Gute Sachen drin. Ich kann jetzt zwar nicht so viel damit anfangen. Weil ich halt keinen Bezug zu dieser Band hab. Ähm. Du sollt ein netter Witz nehmen. Mann. Vier Postkarten. Okay. Motive. Wie gesagt. Berühren mich jetzt nicht. Die Box an sich ist jetzt nicht sonderlich cool. Aber wer stellt die sich schon noch ins Regal. Die Boxen versauen oder verstauben. Oder sowieso immer irgendwo. Ähm. Das ist ein T-Shirt das man wirklich anziehen kann. Ja. Sowas solides. Also. Ich muss die Box wirklich gut bewerten. Die ist ja Geld wert. Weil die Inhalte einfach wirklich. Solide sind. Ähm. Was sagt ihr denn zu der Box? Würde mich auch mal interessieren. Weil das ist echt was ganz anderes. Ähm. Das ist eigentlich das was wir nie kriegen. Und zwar hochwertige Inhalte. Die den Preis rechtfertigen. Wir bekommen halt immer einen bunt zusammengemischten Haufen aus. Tram. Der irgendwie bei AliExpress gedropt. Shipped. Verkauft. Und bedruckt. Wie auch immer wurde. Ähm. Was hat man so den Eindruck. Oder wir bekommen halt einfach Mist. Aber das ist was Seltenes. Bitte eure Meinung in die Kommentare. Link zur Box wenn ihr sie kaufen wollt auch. Und ähm. Ähm. Ah ne die ist in der Beschreibung. Nicht in den Kommentaren. Ja. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Provinsberg. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.